Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Alice im Wunderland. Heute ist Samstag, der 18. glaube ich und ich habe jetzt über eine Woche nichts mehr aufgenommen, weil ich hatte ja genug Videos und mein Headset rutscht gerade und die Aufnahme fängt ja mal wieder toll an. So, ja, ich merke schon, wenn man eine Weile nicht aufgenommen hat, fällt es an, ganz schwer, da wieder reinzukommen, deswegen muss ich einfach sagen, fangen wir mal an bzw. machen wir mal weiter. Ach ja, das Rätsel. Ich habe noch keine Ahnung, muss ich sagen. Ich habe mir da jetzt auch gar nicht so die Gedanken gemacht. Hatte ein bisschen was anderes im Kopf die letzte Woche, weil mein kleiner Opel Corsa musste zum TÜV und da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, ob der das noch schafft. Denn man ist jetzt auch schon, ähm, ich glaube 17 Jahre alt oder so und da habe ich natürlich Blut und Wasser geschwitzt. Aber er hat es geschafft. Musste nur heute nochmal zur Werkstatt, wo ich einen TÜV habe machen lassen, zwei neue Vollreifen aufziehen und dann habe ich meine Plakette gekriegt. Hooray! Und das wollt ihr alles gar nicht wissen. Ihr wollt wissen, was, ähm, was ich esse, muss weit weg, doch ich bleibe am selben Fleck. Ich hätte jetzt fast gesagt, irgendeine Pflanze, aber, hm, ich sehe hier keine Pflanze. Hm. Hm, kann ich da auch irgendeine Pflanze, der Bücherrücken am Klippen passiert aber nichts. Richtig am Klippen passiert auch nichts. Hm. Hm. Das Milchflasche ist es schon mal nicht. Gut, dass wir das geklärt hatten, schon letztes Mal, wenn ich es nur gerade eben vergessen habe und deswegen nochmal draufgeklickt habe. Hm. Hm. Und das da, das ist nichts. Hm. Das soll auch hier in dem Raum sein? Was ich esse, muss weit weg, doch ich bleibe am selben Fleck. Regenschirm! Ja, Mist. Ja, man kann es ja mal probieren. Hm. Gar nicht so leicht. Ich möchte da auch gerne die Hilfe nehmen. Justice. Okay, schade. Ach. Ich habe mich an dem Hetzel ein bisschen stört, ich habe ja immer noch mein neues, ähm, es gibt da keinen Clip an dem... ...Ding, wo man die Lautstärke regeln kann und das Mikro abstellen. Das heißt, es baumelt hier die ganze Zeit rum und das nervt ein bisschen. Hm. Oh, was ich esse, muss weit weg. War ich irgendwas in meinem Buch? Oh, nein. Ich, ich, ich wollte nicht raus. Huch, ich... Nein, das, das wollte ich jetzt auch nicht. Hm. Pralinen! Oh, nein, schade. Hm. Fällt ja schon gut an. Mir fällt da jetzt auch... Ich sehe da jetzt aber auch nichts, was da irgendwie in die Richtung gehen könnte. Oh, nein, das ist... Ah. Ich habe den Kasten die ganze Zeit gesehen. Ah, ich glaube, der ist mir drauf gekommen. Briefkasten. Ah. Richtig, ein Briefkasten. Regentröpfel, Sonne scheint. Mein Schutz, der ist stets wohl gemeint. Was bin ich? Das ist einfach. Regenstern. Genau. Oh, Uppsala. Du trägst es, dann wärmt es dich. Was bin ich? Eine Jacke. Ich sehe aber keine Jacke. Ja, war auch, glaube ich, zu einfach, oder? Ja, ich habe gerade eben auf die Milch gekriegt. Ich habe es ganz richtig gehört. Und ich schäme mich dafür nicht, damit ihr es gleich warfetzt. Aber hier in dem Schrank, da hängt ja ein Haufen Krempel drin, aber das ist es nicht. Das ist eigentlich das blau-grüne, da gehörst du den Buch. Du trägst es, dann wärmt es dich. Haut. Nein. Nein. Er ist ja nicht von American McGs, Alice. Im Wunderland. Da kam er jetzt halt vor zwei Tagen der zweite Teil raus. Hab da auch schon in einem LP reingeguckt. Ach, sieht ja schon schick aus. Aber vielleicht auch wieder ein bisschen zu schick. Weil, hm. Das American McGs Alice, das hatte irgendwie ein bisschen was Düsteres. Also es war, ja, es war düsterer als, ähm, das Alice jetzt. Und irgendwie auch ein bisschen schräger. Keine Ahnung, das Alice, das ist teilweise, das erinnert mich halt an so ein normales, ja, normales Spiel des Genres halt. Also was wie, äh, Prince of Persia und sowas. Liegt vielleicht auch an dieser High-End Grafik. Weil das, das macht das Ganze wieder irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht so recht. Ich hab mich sehr drauf gefreut, ich hätt's auch gerne irgendwann mal. Aber, ja. Ach. Ja, das stimmt, ein Hemd. Genial, du hast alle Riesenfragen richtig beantwortet. Hier ist das berühmte Kochbuch mit drin. Ja, ich hab ja auch gar keine Möglichkeit gehabt, falsch zu antworten, ne. Vielen Dank, aber jetzt muss ich leider gehen. Die Zeit drängt. Ja, was ich sagen wollte, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich, ähm, ja. Dass ich's mir nicht vorgestellt hab, weil, ja, so dolle ist es dann jetzt doch nicht. Und, ähm, was tut das? Schau mal, ich hab das Buch mit dem Schrumpfkuchen-Rezept. Oh, danke, so ein Kuchen hab ich noch nie gebacken. Aber jetzt musst du die Zutaten besorgen. Ach, ich hab's gewusst. Ich benötige Mehl, Eier, Butter, Zucker, Obst und Gewürze. Ja, was für ein Obst, was für Gewürze. Vielleicht bloß nicht so genau. Ist das alles, das hört sich für mich eigentlich alles nach einem ganz gewöhnlichen Kuchen-Rezept an. Nicht zu voreilig, da fehlt noch einiges. Wo finde ich diese Dinge? Weggesperrt in einem besonderen Behälter. Äh, okay, ich find keines der Zutaten hier. Soll ich da? Ja, was wollte ich sagen? Ähm. Die Butter? Die Butter! Ja. Äh, ich bin eigentlich ganz ruhig. Ich weiß auch noch gar nicht, was für eine Version. Also jetzt, ob sich die Playstation 3, hab ich ja auch. Oder lieber doch PC. Ähm. LP werde ich davon aber wahrscheinlich nicht machen, weil so wie ich das jetzt auch gesehen hab. Ähm. Ich guck's aber, Hello 1986 und da scheint's ja irgendwie ein paar kleinere Performance-Probleme zu geben, wenn sich die Welt neu aufbaut. Und ja, da hat er mit seinem PC schon Probleme und ich bin sicher, der ist wesentlich besser als meiner. Und das läuft bei ihm jetzt auch nur, weil er es auf eine zweite Festplatte verschoben hat und ich hab keine zweite Festplatte. Ich hab nur externe Festplatten. Ich glaub nicht, dass es da wirklich gut läuft. Ich hab aber auch schon öfters gelesen, dass man keine Aufnahmen auf die externe Festplatte direkt machen soll. Und deswegen, hier muss ja auch noch der Zucker sein, denk ich mal nicht, dass ich mich da hinsetzen, dass dann LP'n würde. Apropos LP, ich seh hier keinen Zucker. Ich hatte ja mal einer Drawn-Folge gesagt, dass mein Grabber und warum mache ich so lange Pausen? Und dass mein Grabber keine Audiospur wiedergibt, also kein In-Game-Sound. Ja, das lag nicht am Grabber. Dann muss ich jetzt hier meinen Schutz sehen. Das lag an meiner Dummheit. Ja, der Grabber, ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen so läuft. Und das ist ja mein erster Grabber, den ich überhaupt hab, denn ich ja auch eigentlich nur dazu... Ab zum, Sadly. Den ich eigentlich nur besorgt hab, für Screenshots zu machen von Blu-rays. Wenn ich eine, ähm, Rezension... Rezension auf meine, ähm... Auf mein Blogposter, damit ich da ein paar Screenshots dazu machen kann. und ich habe mir den Gebrauch bei Ebay geholt und wusste nicht, wie genau der funktioniert, weil da war keine Gebrauchsanmeisen mit dabei. Ich hatte nur den Grab und sonst gar nichts, also auch keine Treiber-City, keine Treiber-City und so ein Kram. Ist der Zucker wirklich hier oder bitte ich mir das jetzt bloß ein? Nein, der müsste wirklich... Oder weil es so dunkel ist, heißt es, ich bin nah dran. Und er ist vielleicht da in dem Haus drin. Nein, ist er auch nicht. Da ist ja vielleicht was anderes drin. Die Milch, glaube ich, habe ich hier gesehen. Genau. Und die Milchtüte. So. Ja, also es lag nicht an meinem Grapper, sondern es lag daran, dass... Er hat so einen Klinkstecker mit dran. Auf der Seite, wo der auch der USB-Anschluss ist. Und ja, ich habe nicht dran gedacht, dass ich... Oh nein, oh nein, das ist ein Schieberätsel. Ich hasse Schieberätsel. Ah, da bin ich da so schlecht drin. Ah Mann. Oh Scheiße. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ähm... Ja, es lag wie gesagt nicht an meinem Grapper und das irgendwie... Ähm... Ja, es lag nicht... Oh, ich bin wirklich gut. Hey. Inzwischen habe ich noch nie so ein Rätsel gelöst. Zum fünften Mal. Es lag nicht an dem Grapper, sondern halt einfach, weil ich die Klinkstecker nicht eingesteckt habe. Ja, was hat mir das jetzt gebracht? Gar nichts. Das war jetzt natürlich viel. Doch, ich habe den Zucker gekriegt. Ah. Ja, nachdem ich dann es einfach mal probiert habe, wo sind denn diese Kekse? Es einfach mal probiert habe, diesen Stecker einzustecken, habe ich dann auch In-Game-Sound gehabt. Habe dann natürlich auch mal geguckt, probeaufnahmetechnisch, ähm... theoretisch. Ähm... Was sind denn diese Kekse? Ach, hier. Oder ist das was anderes? Obst? Keine Ahnung. Gewürze? Ich habe gar kein Obst gefunden. Ich habe gar kein Obst suchen müssen, fällt mir auf. Ähm... Ja, habe dann auch mal Probeaufnahme gemacht mit Playstation 2. Ähm... Hier sind die Zutaten für das Rezept. Es... war ganz okay. Gut, dann werde ich jetzt das Ganze mal gründlich vermengen. Oh nein, mein Ofen lässt sich für das Rezept nicht heiß genug einstellen. Äh... Das muss ich bestimmt die Schrottplatzraube fragen. Da muss ich diesen Kuchen wohl leider woanders backen. Macht nichts. Ich weiß, wo ich ihn backen kann.